Sideris das Jades. Erstmal Glückwunsch in Kurkenplatz, hast du geholt für Deutschland. Warst Finalteilnehmer, bist Achter geworden am Ende, aber wahrscheinlich nicht ganz das, was du dir erträumt hast. Ne, also ins Rennen habe ich eigentlich gut gestartet, auch im Finale, und bis Tor 16 war ich eigentlich dran, unter die ersten drei zu fahren. Man weiß ja nie, wenn ich das bis zum Ende hingefahren hätte, wie es dann zu Ende, wie ich dann bis zum Schluss natürlich die Zeit, dann kommt mit zwei Strafsekunden oder vier jetzt, zwei Strafpunkte und vier Sekunden drauf, ist klar, dass man da nicht unter die besten sechs ist. Und das Feld ist mittlerweile so eng aufeinander, dass man auch ein Risiko eingehen muss, damit man unter die ersten drei ist. Die Strecke ist hart. Man hat es gesehen, es gab auch viele 50er generell. Was bedeutet das jetzt so in Richtung Olympia, wie man sich noch vorbereiten muss? Ja, das Wichtige war erstmal heute den Quotenplatz zu erreichen. Habe ich geschafft, das war so die erste Hürde, wo wir uns vorgenommen haben, wir drei. Ja, jetzt nach Paris, es ist noch ein langer Weg, muss ich sagen. Ja, man muss hier und da vielleicht nochmal an sich arbeiten, wo man sagt, okay, man geht das Risiko noch mehr ein und dass das Risiko, was man macht, dass das auch dann aufgeht und nicht dann kleine Fehler da entstehen, wo man auch dann die Zeit verliert. Einmal im Finale war natürlich Top 6 dein Plan sicherlich, um mindestens einen Punkt mitzunehmen. Wie traurig bist du jetzt drüber oder sagst du jetzt Cut und neues Glück? Ja, mir ging es nicht um diesen Punkt zu erreichen, sondern ich wollte meinen Titel verteidigen. Also das war für mich meine Mission, wo ich mir selber gesetzt habe. Die wollte ich erreichen und da muss man ein gewisses Risiko eingehen, dass man seinen Titel verteidigt. Also wenn man der Beste sein will, muss man auch ein gewisses Risiko eingehen. Wie siehst du, ist die Konkurrenz nochmal stärker geworden im Vergleich zu vorigen Jahr? Ja, teils, teils. Also muss man sagen, es sind mehr Jungs da, wo aufeinander fahren können, wie man das so von den Jahren davor halt kennt. Und ich glaube, das wird immer enger. Also man hat es ja jetzt gesehen bei uns, dass es schon sehr, sehr eng ist alles. So macht es aber auch Spaß. Also man muss auch sagen, also ich finde es eher positiv, dass man da an seine Grenzen hingehen muss, dass man gewinnt und nicht einfach, ja, ich fahr runter und dann gewinne ich immer. Also ich bin so einer, ich will eher mehr Risiko eingehen, dass das dann, dass ich das dann erreiche. Und dann kannst du sagen, okay, das war das Maximum, was ich aus mir selber rausholen kann. Dann Dankeschön. Gerne.